Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video wird es um eines meiner Kernthemen überhaupt gehen, um das Thema Lebensvision, Lebenstraum, Finden und Leben. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwemm und ich bin Selbstbewusstseins-Trainer seit 1997. Meines Erachtens geht es in diesem Livestream um eine der grundlegendsten Fragen, die sich ein Mensch stellen kann überhaupt und daraus resultierend um eine der möglicherweise weitreichendsten Entscheidungen, die ein Mensch, die du treffen kannst. Bei mir war es so, ich hatte recht früh zwei klare Ziele für mein Leben, die eine sehr geringe Schnittmenge hatten. Einerseits wollte ich was in Richtung Gartenbau mit Schwerpunkt Gartenteichbau machen oder Informatiker werden. Letzten Endes hat dann die Waage ausgeschlagen in Richtung Informatiker und ich habe sozusagen ganz normal den akademischen Weg eingeschlagen. Und nachdem ich sechs Semester Informatik studiert hatte, war mir klar, dass ich genug Wissen habe für das, was ich vorhatte in Sachen Informatik zu tun. Und mir war klar, wenn ich diesen akademischen Weg weitergehe, dann führt er mich nicht dorthin, wo ich hin möchte. Und ich habe eine Weile mit mir gehadert und bin dann aber letzten Endes meinem Gefühl gefolgt und habe das Informatikstudium abgebrochen. Und da ich damals schon im Vordiplom drin war, waren die rechtlichen Konsequenzen die, dass ich aufgrund dessen nie wieder ein Informatikstudium beginnen kann. Und ja, in diesem Sinn war diese Entscheidung damals eben sehr weitreichend. Und damals war es so, ich habe mich zunächst, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, von außen bequatschen lassen. Ich war mir unsicher und habe ein bisschen außenrum gefragt, was so das für mich relevante Umfeld davon hält. Und der Tenor der meisten war, ich würde es später bereuen, wenn ich dieses Studium abbreche, zumal es keinen Grund gab. Also die Prüfungen und so weiter, das war zwar für mich anstrengend, aber ich lag ganz gut im Rennen. Und das hat mich dann zunächst dazu veranlasst, drei Monate weiter zu studieren. Und ich habe aber gemerkt, nein, das passt für mich nicht. Und um nicht wieder in die Versuchung zu kommen, andere zu fragen, habe ich dann einfach Nägel mit Köpfen gemacht und habe mich exmatrikuliert. Und habe dann meine Entscheidung den anderen mitgeteilt. Und zwischendrin hatte ich immer so wieder in mich hineingehört mit der Frage, werde ich das irgendwann bereuen? Und die gefühlte Antwort war, nein. Dennoch war ich nicht so ganz im Reinen mit mir, aber gefühltermaßen war das die richtige Entscheidung. Ja, ich habe mich selbstständig gemacht, beziehungsweise hatte mich zuvor ein Jahr zuvor schon nebenberuflich selbstständig gemacht. Habe diese Selbstständigkeit dann ausgeweitet. Und mir war klar, dass ich meinen Lebenstraum noch nicht lebe. Und ich habe meine Berufswahl immer sehr bewusst getroffen und habe die Berufswahl, wie du vielleicht weißt, immer auch wieder neu justiert. Am Anfang meiner Selbstständigkeit ungefähr im Halbjahresrhythmus. Klar war für mich, es kommt nur eine Selbstständigkeit in Frage. Unklar war, was, wie genau. Und so habe ich einfach getestet und habe jeweils das Nahliegende genommen, um es dann gegebenenfalls anzupassen. Und nachdem ich meine Tätigkeit zwei, drei, viermal verändert hatte, hörten die Nachfragen in meinem Umfeld auf, was ich denn beruflich so tue. Weil nach einem halben Jahr war es wieder ganz was anderes. Ja, und ich selbst hatte auch die Befürchtung, vielleicht nie zum Punkt zu kommen. Und ich habe mir immer wieder, immer wieder, immer wieder die Frage gestellt, was will ich wirklich und dauerhaft. Und bei mir war es eben nicht so, dass ich keine Antworten gefunden hätte, sondern ich habe x Antworten gefunden. Und für mich war dann einfach die Frage, woran mache ich denn fest, was jetzt wirklich meins ist. Und im Laufe der Jahre habe ich dann x Techniken entwickelt, mit denen ich mittlerweile Menschen ganz, ganz schnell dabei helfen kann. Sodass sie selbst relativ schnell herausfinden können, was wirklich ihrs ist. Aber das ist eher so eine Nebenbemerkung. Und ich war einfach fest entschlossen, mein Leben zu leben. Und jetzt war es bei mir so, ich habe recht früh geheiratet. Und mit meiner damaligen Frau hatte ich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt drei Kinder. Und meine damalige Frau und ich, wir hatten, so würde ich das beschreiben, so eine Art wechselseitiges Umerziehungsprogramm laufen. Mein Ziel war, aus meiner damaligen Frau eine gute Unternehmersehefrau zu machen. Und ihr Ziel war, so mein Eindruck, sie wollte aus mir einen guten, einen gutverdienenden Beamten machen, der so um 16 Uhr den Hammer fallen lässt. Und dann ist einfach Feierabend und Familie. Familie war für mich ganz wesentlich ganz wertvoll, ist es nach wie vor, ist im Wert eher gestiegen. 16 Uhr Feierabend, das war noch nie meins. Und irgendwann, ich war mit dieser Frau dann 13 Jahre insgesamt zusammen, war mir klar, diese Ehe, die hat keine Zukunft. Und die Trennung, die war mir mehr als schwer gefallen. Zumal meine Kinder damals erst drei, sechs und acht Jahre alt waren und ich eben nicht wusste, wie das weitergehen wird. Aber ich habe letzten Endes ganz ganz tief in mich hineingespürt und bin dann diesem Impuls gefolgt. Und dann ist eine Zeit gekommen, die war deutlich schwerer als gedacht. Und sie hat auch länger gedauert als gedacht. Aber letzten Endes habe ich dann irgendwann so meinen inneren Frieden wiedergefunden und habe gemerkt, dass ich praktisch in einem ganz neuen Leben bin, nämlich noch mehr in meinem Leben. Und auf einmal haben sich die Dinge beschleunigt. Ich hatte damals schon als Selbstbewusstseins-Trainer gearbeitet. Da habe ich ja relativ lange Zeit drauf verwendet, bis ich endlich herausgefunden hatte, was ich wirklich will, nämlich als Selbstbewusstseins-Trainer arbeiten. Menschen dabei inspirieren, ihr Leben zu leben. Und plötzlich war der erste gewerbliche Großauftrag da, ohne dass ich akquiriert habe. Von außen wurde dann mich herangetragen, dass ich der richtige Trainer sein könnte für ein Projekt, in dem es gebrannt hat, wo eine Trainerin ausgefallen war und mutmaßlich das Überleben dieser Firma von einem Trainer abhing. Und ich habe dieses Projekt dann übernommen, habe wochenlang fast nicht geschlafen, weil ich mich nachts vorbereitet hatte. Tagsüber habe ich dann in drei hintereinanderliegenden, drei Stunden Schichten Frauen in einem Callcenter fit gemacht, dass die eine bestimmte Aufgabe übernehmen konnten. Und danach war ich wie gemolken und glücklich, weil zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, in dieser Selbstständigkeit als Selbstbewusstseins-Trainer, die ich zum damaligen Zeitpunkt schon seit vier Jahren gemacht habe, dass ich Rückenwind hatte. Dass so meine Hoffnungen, dass es irgendwann leichter würde, dass die teilweise begannen, eben sich zu erfüllen. Und nach diesem Auftrag, der ging dann irgendwann rum, dadurch, weil ich gemerkt habe, diese Firma, die zahlt irgendwie immer sehr langsamer. Und letzten Endes habe ich mir dann einen Rechtsbeistand geholt, um dann die ausstehenden Honorare einzuklagen. Und damit war klar, ich werde von dieser Firma keine weiteren Aufträge bekommen. Das war aber okay. Ja, dann hatte ich wieder die Kassen ganz gut gefüllt und konnte mich wieder voll und ganz auf die Weiterentwicklung meiner Selbstbewusstseins-Trainings konzentrieren. Und dieser gewerbliche Auftrag, der hat insgesamt ja nur einige Wochen umfasst und hat mich aber praktisch ein ganzes Jahr nach vorne gebracht, finanziell. Ja, und der Zufall, die Vorsehung oder was auch immer wollten, dass ich wieder empfohlen wurde als Trainer für total spannende Projekte. Und diese Projekte hatten jeweils eine Dauer von zwischen einem Monat und sechs Monaten. Ich war da jeweils als freier Trainer in unterschiedlichen Firmen und bin letzten Endes von Projekt zu Projekt, von Firma zu Firma weiterempfohlen worden. Und habe super gute Tagesshonorare bekommen und hatte die Wochenenden eben weiterhin frei für meine Seminare, für meine Kinder. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt oder irgendwann hatte ich die Befürchtung, wenn ich weiter in diesen gut dotierten Projekten als freier Trainer unterwegs bin, dann verliere ich den Akquise-Biss. Also ich hatte einfach Angst, weil es da praktisch bequem war, weil ich nicht akquirieren musste. Ich hatte einfach Angst, ich könnte so die Fähigkeit, Teilnehmer zu gewinnen, verlieren, weil ich es einfach nicht gebraucht habe. Und dann kam ein Projekt, da war es so, ich hatte tatsächlich pro Tag nur ein bis zwei Stunden effektive Arbeit. Ja, und habe eben denselben Tagessatz bekommen wie zuvor und das habe ich mir zwei Monate lang angeguckt. Und ein Kollege, mit dem ich mir damals ein Büro geteilt hatte, der hat es einfach locker genommen und der hat gesagt, na ist doch wunderbar, was kann uns denn Besseres begegnen, als dass wir hier super gutes Geld verdienen und wir müssen fast nichts arbeiten. Und in mir war einfach der Gedanke, ich bin Trainer, Trainer und Coach und wenn ich nicht als Trainer und Coach arbeite, dann verschwinden, dann schwinden einfach diese Kompetenzen. Und das hat dann letzten Endes mich nach diesen zwei Monaten dann bewogen, als es darum ging, einen Folgeauftrag anzunehmen, habe ich gesagt, sorry, ich habe keine Zeit, das war eine Ausrede, ich wollte nicht direkt sagen, ich möchte nicht mehr. Und ab dann habe ich mich eben wieder zu 100% voll und ganz um die Weiterentwicklung der Selbstbewusstseins-Trainings gekümmert. Und mittlerweile hatten wir das Jahr 2003. 1997 hatte ich mit Selbstbewusstseins-Trainings angefangen. Und der einzige Weg, den ich damals fand, wie ich Teilnehmer so gewinnen konnte, dass ich tatsächlich schwarze Zahlen damit geschrieben habe, war, in dem ich nachts die Na3-Plakate geklebt habe, auf denen ich Werbung für meine Seminare gemacht habe, sodass dann eben mögliche Teilnehmer anriefen und gebucht hatten. Alles andere, was ich damals so ausprobiert habe in Bezug auf Werbemöglichkeiten, hat mich nur jede Menge Geld gekostet und hat mir fast keine Teilnehmer gebracht. Ja, im Jahr 2000 fing ich intensiver an, mich mit dem Internet auseinanderzusetzen, hatte auch im Jahr 2000 den ersten Seminarteilnehmer über das Internet gewonnen und war total aus dem Häuschen, weil mir klar war, was einmal geht. Das geht auch zweimal und was zweimal geht, das geht auch viermal. Ja, und im Jahr 2003 war ich so weit, dass ich einfach so viel Zeit, so viel Know-how erworben hatte, in meine Webseiten investiert hatte, sodass die Akquise das Internet übernommen hatte. Und das hat wiederum für mich Horizonte geöffnet, weil jetzt der Aspekt der Akquise, der mich früher mit Abstand am meisten Energie gekostet hat und den ich im Grunde genommen gehasst hatte, ich habe es immer gehasst zu akquirieren, gleichzeitig war das ein Teil, wie du vielleicht weißt, von einem Angstbewältigungstraining, was ich mir praktisch selbst veratmet hatte, um einfach jeden Tag mich selber zu zwingen, über meinen Schatten zu springen. Ich hatte nämlich ganz viel Angst davor, fremde Menschen anzusprechen und das war der Grund, warum ich mir das praktisch beruflich veratmet hatte, jeden Tag Kaltakquise, jeden Tag fremde Menschen ansprechen. Und ab dem Jahr 2003, da musste ich das zum einen nicht mehr tun, dank Internet, beziehungsweise dank meiner Fähigkeiten, dank meiner Kompetenzen, die ich da im Laufe der Jahre entwickelt hatte. Und ich hatte mittlerweile auch das Gefühl, dass ich mit diesem Selbsttrainingsprogramm durch bin. Und jetzt habe ich vielleicht eine der wichtigsten Entscheidungen noch übersprungen. Ich gehe jetzt mal zeitlich zurück. 1995, 96, als ich mit Seminaren anfing, noch nicht mit Selbstbewusstseins-Trainings, es waren erst andere Seminare, die ich ein gutes Jahr gemacht habe, da wusste ich nicht, wie ich davon leben kann. Und ich habe aber gemerkt, Seminare, Trainings, das ist meine Welt. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wie ich handeln würde oder wie ich entscheide, wenn ich es nicht schaffen sollte, finanziell über die Runden zu kommen mit Seminaren. Und die gefühlte Antwort war sofort da, nämlich die gefühlte Antwort war, lebe dein Leben. Und insofern war mir klar, ja, wenn mich das Ganze eine Insolvenz kostet, dann gehört es eben dazu und dann gehe ich da durch. Und letzten Endes konnte ich diese Insolvenz auch nicht vermeiden. Und das war bevor es die Schuldenbereinigungsverfahren gab. Insofern war klar, das Geld, was ich damals nicht bezahlen konnte, das werde ich natürlich zurückzahlen, eben dann, wenn ich dazu in der Lage bin. Und diese Phase, wo ich finanziell total am Boden war, die hat einige Jahre gedauert und die war für mich sehr, sehr wertvoll. Als ich in meiner Selbstständigkeit anfing, wie du vielleicht weißt, ursprünglich im Bereich Finanzdienstleistungen, da war ich oft in der Lage, mit wenigen Stunden Arbeit pro Woche, mit wenigen Stunden effektive Arbeit pro Woche recht gut zu verdienen. Und wäre ich diesen Weg weitergegangen, dann wäre es für mich einerseits ein relativ bequemer Weg gewesen, ganz gut Geld zu verdienen, aber andererseits eben nicht mein Leben, bei weitem nicht mein Leben. Und die Insolvenz, die hat mich finanziell auf den Boden der Tatsachen geholt. Und auf einmal habe ich gemerkt, wie kostbar es sein kann, genügend Bargeld zu haben, um sich eine Tasse Kaffee in einem Kaffee kaufen zu können. Das war viele Jahre bei mir nicht drin, aber wie gesagt, Teil meines selbstgewählten Weges. Und mit jedem weiteren Jahr, was kam, habe ich eben meine Fähigkeiten, über das Internet Teilnehmer zu gewinnen, ausgebaut, habe im Rahmen des Geldes, was ich irgendwie freieisen konnte, Fortbildungen für mich belegt und wurde in diesem Sinne als Trainer, als Coach immer effektiver, immer besser. Das hat dann dazu geführt, dass ich höhere Honorare durchsetzen konnte, höhere Seminarpreise. Und das hat dann letzten Endes dazu geführt, dass ich eben irgendwann, ja, wieder in den schwarzen Zahlen war. Und die schwarzen Zahlen, die ich dann geschrieben hatte, da hatte ich das Gefühl, das ist das Geld, was ich wirklich verdient habe. Zuvor in den Finanzdienstleistungszeiten, auch wenn ich damals teilweise viel Geld verdient hatte, hatte ich immer das Gefühl, dieses Geld gehört nicht mehr. Das war ein Gefühl, das konnte ich damals gar nicht so richtig erklären, weil es war klar, ich habe dieses Geld redlich verdient, im Einklang mit dem Gesetz, aber gefühltermaßen war es nicht mein Geld. Rückblickend würde ich sagen, es war deshalb nicht mein Geld, weil ich es sozusagen nicht auf meinem gefühlt richtigen Weg verdient hatte. Ja, und als ich dann mit den Seminaren irgendwann dauerhaft in den schwarzen Zahlen war, da war es für mich gefühlt ein riesengroßer Luxus, mir einfach eine Tasse Kaffee kaufen zu können. 2,50 Euro über die Theke geschoben und mir einfach einen Kaffee gegönnt. Und ein hammermäßiger Luxus war es aus meinem Erleben heraus, noch eine zweite Tasse Kaffee zu trinken oder noch eine dritte Tasse Kaffee. Und diese Bewusstheit, die habe ich mir bis heute erhalten und insofern gehört es nach wie vor für mich heutzutage zum gefühlt höchsten Luxus, eine Tasse Kaffee mir irgendwo zu kaufen und die einfach ganz bewusst zu genießen. Ja, die Phasen, über die ich jetzt so gesprochen habe, das waren sicherlich die für mich wichtigsten, die für mich wertvollsten, die für mich prägendsten. Meine drei Kinder aus erster Ehe, die sind mittlerweile alle erwachsen, gehen ihren Weg. Und meine damalige Befürchtung, sie könnten unter die Räder kommen, die ist zum Glück nicht eingetroffen. Wobei, ja, ich überlege gerade, aber ich möchte jetzt dazu nicht mehr sagen, sonst würde es in die Intimsphäre von der einen oder anderen Person hineingehen. Deshalb lasse ich das jetzt da stehen. Wie du vielleicht weißt, unser Grundgesetz regelt im Artikel 2, jeder Mensch hat ein Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und da steht Recht, nicht Pflicht. Und mein Eindruck ist, viele Menschen glauben oder tun so, als gäbe es so eine Art Pflicht, von 8 bis 4 im Büro zu sein oder so. Und wenige Menschen nutzen, so ist zumindest mein Eindruck von außen, ihr Recht auf ihr Leben. Damit sage ich nicht, das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern das ist so mein Eindruck von außen. Und im Laufe der Jahre ist mir sehr bewusst geworden, der einzige Mensch, der eben diese Entscheidung trifft, bewusst oder unbewusst, ist und kann nur der Betroffene eben sein. Für den Fall, dass du das Gefühl haben solltest, du bist noch nicht auf deinem Weg zu sein. Dann gibt es drei oder vier Aspekte, auf die ich dich sehr bewusst aufmerksam machen möchte, gleich nach einem Schluck Kaffee, den ich auch sehr bewusst trinke, auch wenn der keine 2,50 Euro kostet. Der erste Punkt und der meines Erachtens mit Abstand aller, 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 aller wichtigste Punkt ist, trifft deine Entscheidung. Und meines Erachtens gibt es nur eine mögliche, nur eine sinnvolle Entscheidung, nämlich die Entscheidung, das eigene Leben zu leben. Klammer auf, koste es, was es wolle, Klammer zu. Weil ganz viele Menschen sind schnell dabei, dass sie sagen, Ja, ich möchte mein Leben leben. Und dann kommt sofort das Aber. Und egal, was danach kommt, ist die Gesamtaussage dann letzten Endes die Nein. Das hört sich vielleicht krass an, aber das ist mein Eindruck, das ist meine Überzeugung. Denn alles, was hinterm Aber kommt, ist ein sich in irgendeiner Form abhängig machen von etwas Äußerem. Und das bedeutet dann nach meinem Verständnis, dass dieses Andere, dieses Äußere wichtiger ist. Und wenn ich sage, nur wenn dieses Äußere, dieses Andere funktioniert, dann lebe ich mein Leben. Dann sage ich im Grunde genommen, ich stelle mein Leben hinten an. Und nach meinem Verständnis ist es eben keine Form des, das eigene Leben lebens. Damit sage ich nicht, das ist gut oder schlecht. Aber meine Überzeugung ist einfach die, es gibt nur eine mögliche Entscheidung und die lautet eben, ich lebe mein Leben. Punkt. Das hört sich egoistisch an und das ist auch egoistisch. Aber nach meiner Überzeugung nach ist es nicht kalt egoistisch, sondern ich erlebe es als weise egoistisch. Der weise Egoist ist ein Mensch, der weiß, nur in dem Maße, wie er sich selbst liebt, kann er andere Menschen lieben. Nur in dem Maße, wie er sich selbst vertraut, kann er anderen Menschen vertrauen. Nur in dem Maße, wie er sich selbst durch sein Leben inspiriert, kann er andere Menschen inspirieren. Und so weiter. Und natürlich hat es seinen Preis, einen Schnitt in seinem Leben zu machen. Definitiv. Und würde man das nicht tun, dann beständen die Opportunitätskosten eben darin, dass man sich selbst um sein Leben bringt. Das heißt, so oder so, nach meinem Verständnis, muss man einen Preis zahlen. Entweder dafür, dass man sein Leben nicht lebt, dann zahlt man meines Erachtens immer den höchsten Preis. Nämlich dadurch, dass man auf sein Leben verzichtet. Und im Regelfall hat sich ein Mensch in seinem Leben ja eben nicht zu 100% nach seinen Vorstellungen eingerichtet. Sonst stünde er ja gar nicht vor der Entscheidung, sein Leben zu leben. Das ist meines Erachtens immer Schritt 1. Die unbedingte Entscheidung. Ich lebe mein Leben. Punkt. Und damit wir uns an dieser Stelle nicht falsch verstehen, ich sage dir und keinem anderen Menschen auf diesem Planeten, er sollte sein Leben leben. Dann wäre ich anmaßend, dann würde ich sowas wie deinen Übervater oder deine Übermutter einnehmen, ohne dass mir das zustünde. Und insofern der einzige Mensch und dazu komme ich gleich nochmal drauf, der diese Entscheidung gegebenenfalls treffen kann, bist du selbst. Aber wie gesagt, dazu gleich später. Also Schritt 1. Die Entscheidung treffen. Ich lebe mein Leben. Schritt 2. Suchen, herausfinden, was dein Leben ist. Denn da du, wie alle anderen sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten, da du ein Individuum bist, wirst du kein Buch auf dieser Welt finden, was dir beschreiben kann, was dein Weg ist. Du wirst auch kein Seminar finden, in dem dir jemanden sagen kann, was dein Leben ist. Und nach meinem Verständnis kannst du auch jahrelang barfuß durch irgendeine indische Wüste laufen, auf der Suche nach irgendeinem Guru. Und der kann dir nach meinem Verständnis auch nicht sagen, was dein Leben ist. Und ob du jemals herausfindest, was dein Leben ist, das kann ich dir auch nicht sagen. Und das kann nach meinem Verständnis dir auch sonst niemand auf diesem Planeten sagen. Aber der Einzige, der diese Suche durchführen kann, bist nach meinem Verständnis du. Das ist also der zweite Aspekt. Sorge dafür, dass du herausfindest, was du wirklich, wirklich, wirklich willst. Und was es dazu nach meiner Erfahrung zwingend braucht, ist einfach die Dinge auszuprobieren. Sagen wir mal, das ist jetzt ein Beispiel, ein stark vereinfachendes Beispiel. Sagen wir mal, gefühltermaßen möchtest du auf Ibiza Gitarre spielen für den Rest deiner Tage. Na, dann ist es vielleicht naheliegend für eine Zeit in Deutschland deine Wohnung dicht zu machen. vielleicht aufzulösen, je nachdem, dir eine Gitarre zu kaufen, nach Ibiza zu fliegen, ja, und dein gemutmaßtes, neues Leben zu leben. Und wenn du nach einer für dich passenden Zeitspanne herausfindest, das ist es, ja, dann bist du eben da, wo du hin möchtest. Und wenn du herausfindest, das ist es noch nicht, ja, dann hast du einen wichtigen Zwischenschritt getan, hast eine wichtige Lernlektion gelernt, und jetzt geht deine Suche eben weiter. Also Schritt 2, suchen. Und damit habe ich jetzt Schritt 3 schon mehr als angedeutet, nämlich realisieren, tun. Keine Theorie auf dieser Welt, kein Rechenalgorithmus, kann für dich herausfinden, ob das, was du dir kopfmäßig überlegt hast, wirklich deins ist. Und da bleibt eben nur die Möglichkeit, es zu realisieren, es zu leben, und dann wirst du es eben spüren. Das sind die drei Schritte, die Entscheidung treffen für dein Leben, dich auf die Suche zu begeben, diese Suche muss dich nicht um die Welt führen, durchs Internet und so weiter, kannst du diese Suche vielleicht sehr stark abkürzen, aber vielleicht gehört ja für dich dazu, meinetwegen mehrfach um die Welt zu reißen, vielleicht auf eine besondere Weise, es mag ja sein, dass das das ist, was einfach zu dir passt oder was ganz anderes und dann eben realisieren. So, und jetzt kommt die meines Erachtens wertvollste Empfehlung, die ich dir dazu an die Hand geben kann. Und diese Empfehlung, diese ganz dringende Empfehlung lautet, höre auf niemanden. Denn der einzige Mensch, der wirklich wissen kann, was du willst, das bist eben du selbst. Und alles andere, was dir die anderen sagen können, das sind eben deren Meinungen. Und wenn du deren Meinungen folgst, dann stellst du praktisch deine eigene Verantwortung für dein Leben hinten an. Und du stellst letzten Endes dein Leben hinten an. und um dein Leben leben zu können, brauchst du eben die Fähigkeit, die Bereitschaft, die Entscheidung zu deiner Verantwortung als freier Lebensunternehmer zu stehen. Und freie Lebensunternehmer machen Fehler und sie lernen daraus. Und sie machen aber Fehler, um daraus lernen zu können. sie machen nicht die Fehler der Fehler halber, sondern wenn man seinen Weg nicht kennt, wenn du deinen Weg nicht kennst, dann kannst du dich ein Stück vorantasten und einfach nachspüren, passt dieses Stück deines Weges? Wenn ja, hast du gelernt, dieser Weg führt zumindest momentan in die richtige Richtung. Und dann kannst du gucken, ob es Sinn macht, das nächste Wegesstück in dieselbe Richtung zu gehen oder in eine etwas andere Richtung. und solltest du feststellen, das kurze Wegesstück, was du gerade gegangen bist, passt nicht, dann hast du eben gelernt, dieses Wegesstück passt im Moment nicht. Und damit ist klar, dass du diesen Schritt jetzt nicht doch mal wiederholst, sondern dass du eben einen anderen probierst. Und sinngemäß kannst du dich so Stück für Stück nach vorne arbeiten. Und manchmal hast du vielleicht Weitblick und siehst, spürst, erahnst, was so für eine ganze Weile deins ist. Und manchmal mag es sein, dass du noch nicht mal siehst, weißt, spürst, was so für den nächsten Tag ansteht. Und was dann ganz nützlich ist, was dann ganz wertvoll ist, das ist einfach Vertrauen, Selbstvertrauen, dir zu vertrauen in dein Schicksal, in die Vorsehung. Menschen, die an Gott glauben, finden da eben Zuversicht und Menschen, die eher an die Natur oder woran auch immer glauben, die finden eben da dann ihren Halt, ihre Souveränität, ihre Stabilität und können sich eben auf das Vertrauen zurückziehen, wenn der Kopf im Moment kein Futter hat oder sinnvollerweise gerade nichts futtert oder so. Ja, als ich vorhin ganz kurz geguckt habe, dieser Artikel im Grundgesetz mit dem Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, dass das Artikel 2 ist, das wusste ich nicht mehr, bin ich noch auf einen Satz gestoßen, den ich mir kurz aufgeschrieben habe, deshalb gucke ich hier auch gerade nach unten. Dieser Satz lautet sinngemäß im Rahmen der humanistischen Weltanschauung gehört die eigene Persönlichkeitsentfaltung zum höchsten Gut. Und dass das so niedergeschrieben stand, das war mir gar nicht bewusst. Ja, damit bin ich mit dem, was ich jetzt sagen wollte, durch. Ich weiß, dass dieses Thema sein Leben zu leben sehr konträr diskutiert wird. Die einen tun es und strahlen und würden tendenziell oder werden tendenziell unter dieses Video einfach nur ein großes Ja, vielleicht mit einem Smiley schreiben. Und ich weiß, ganz, ganz viele Menschen sind sofort kritisch dabei, eben mit Begriffen nach mir zu werfen, die so in Richtung Egoist und und rücksichtsloser und so was zielen. Und ich weiß, dass das so ist. Und ich finde es zwar nicht gut, aber ja, nach meinem Verständnis hat eben jeder Mensch nicht nur ein Recht auf sein Leben, sondern insbesondere eben ein Recht auf seine Meinung. Und in diesem Sinne respektiere ich das. Ja, und bin einfach gespannt, was du mir unter dieses Video schreibst. Schreib mir gerne deine Fragen, schreib mir deine Erlebnisse, schreib mir gerne auch von deinen Befürchtungen und schreib mir vor allem auch von deinen kleineren oder auch größeren Erfolgen. Und falls ich dich ein bisschen inspirieren konnte mit diesem Video, dann freue ich mich ganz besonders auf deinen Daumen hoch. Falls noch nicht geschehen, abonniere diesen Kanal. Momentan gehe ich jeden Abend um 21 Uhr live auf Sendung, freitags bereits um 16 Uhr. Ich freue mich sehr, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch eine gute Zeit. Bis dahin. Mein Name ist Matthias Schwem. Mein Name ist das eine gute Zeit. Ihr habt das das es geht. habe , das es ein 吓t, ich geht. ist das ist das was